Spannung steigt wieder, ich habe jetzt den Korpus nur mit Klebestreifen rundherum zusammengeleimt, zusammengeheftet und den Deckel bündig eingepasst und mit einer Schraubzwinge an der Hubelbank jetzt das gemeinsam fixiert. Ich habe jetzt also durch die Bohrung im Deckel jeweils jeden zweiten hier in den dreien habe ich eine Führung. Jetzt muss ich also nur darauf achten, dass ich durch die drei auch wieder gerade durchkomme und dann können wir es gleich mal ausprobieren. Ich mache das ja nicht das erste mal, sonst hätte ich schon mal einen Fünferbuchenrundstaub genommen und einen Fünferbohrer. Da war das Holzscharnier aber auch nicht so lang, hat ein normaler Holzbohrer gereicht von der Länge her. Da musste ich den Buchenstab immer mit Schleifpapier noch gängig machen, also dass er reinpasst, weil das saugend war, saugend gepasst hat. Hier habe ich ja für einen Viererstab 4,8 Millimeter. Das dürfte also dann genug Spiel sein, dass nichts klemmt. Außerdem muss ich ja dann noch, nachdem ich gebohrt habe und der Rundstab passt gut rein, hier an den Zinken an den einzelnen noch Rundungen anhobeln und schleifen, damit der Deckel sich also auch öffnen lässt. Aber heute soll es nur noch darum gehen, das rein zu bohren und das Rundarbeiten. Das mache ich ohne Kamera und dann zeige ich euch das fertige Ergebnis. Ich habe jetzt gleich den starken Bohrer genommen. Ich weiß nicht, ob ich einen schwächeren nehme. Ich mache das gleich damit. Ich darf also nicht drücken oder nicht zu stark drücken, sonst biegt sich der Bohrer und verläuft. Also was ich jetzt durch den Stillzieher durch den Spalt sehen kann, passt es. Das war's. So, großer Moment. Hier ist er doch. Also da sitzt es jetzt bis dahin. Jetzt sitzt er bis hier hinten drin, so drei Millimeter. Und das finde ich ist, das ist für mich okay. So, das heißt spannender Moment. Dass das jetzt passt, dürfte klar gewesen sein. Der spannende Moment kommt dann, wenn die Rundungen dran gearbeitet sind und ob sich der Deckel ohne zu klappern und ohne zu klemmen gut öffnen und schließen lässt. Wenn hier noch irgendwas sein sollte, dass das irgendwie doch nicht hundertprozentig gerade ist, kann ich immer noch mal auf eine Nummer größer, nämlich auf fünf Millimeter ausweichen. Indem ich das auffeile mit einer langen Rundpfeile, mit einer Schlüsselpfeile oder wie auch immer. Gut, also Spannung ist noch nicht vorbei. Rundung wird jetzt angearbeitet und dann zeige ich euch, wie sich der Deckel öffnen und schließen lässt. Ja, das soweit bis hierher. So, wie versprochen die Zusammenfügung jetzt des fertigen Holzscharniers. Ich zeige es nochmal. Also Bohrungen sind angebracht und nun habe ich hier die Unterkante im Radius angehobelt und noch ein bisschen verschliffen, damit die Unterkante ja abrollen kann. Und am Korpus-Teil habe ich die Gegenkante auch etwas abgerundet, auch mit einem Hobel und verschliffen. Wenn ihr jetzt den Unterboden hier noch mit rohem Holz seht, der Korpus wird nochmal auseinander genommen und das wird erst noch gefüttert und gepolstert. Von Stoff ausgelegt. Ja, ich füge das jetzt mal zusammen. So, dann den Rundstab rein. So, das ist jetzt erst einmal nur grob Zucker arbeitet. Wird später noch genau auf Bündigstein abgeschnitten. So, so sieht das jetzt fertig aus. Ich habe hier oben noch überlegt, bei den abgerundeten Flächen, ob ich die wieder nachverniere. Hinten sieht man es nochmal. Aber das bildet einen schönen hellen Kontrast in einem gleichmäßigen Muster und ich lasse das so. So, jetzt zeige ich mal. Ich habe das nämlich noch so ausgearbeitet auf den Innenflächen, dass der Deckel nicht nur bis 90 Grad sich öffnet, sondern leicht darüber und dadurch eben auch offen stehen bleibt, aber nicht nach hinten umklappen kann. Schließen. Öffnen. Ja. So, und hier habe ich auch wieder ein gleichmäßiges Muster von hellen Stellen. Passt ganz gut dazu. Ich lasse das so, ich verniere das nicht nach. Das soweit zum Holzscharnier. Weiter geht es dann mit dem Polieren der einzelnen Bauteile, bevor es dann endgültig zusammengefügt wird. Also mit Schelllack schön auf Hochglanz bringen. Gut. Schön. Kämpfe sind gut. Junge sind gut gestrica. Aber es ist schwierig für den Cessiz� genießen. Pues aber immer noch nicht das aí. Nicht gut gemacht. Ist gut so egal? Vielen Dank.